Dein Name? Marcel Habisch. Marcel, wie alt bist du? 28. Dein Spitzname? MH32. Das heißt, ich sage jetzt MH32. Seit wann bist du im Handballdorf? Seit 2015. MH32. Wie lautet dein erster Verein? BSC Setterich. Handball für dich in drei Worten? Geil, geil und geil. Welche Position hast du im Team? Linksaußen. Was ist das Besondere im Handballdorf? Wir sind eine Familie. Entweder oder, Abwehr oder Angriff? Angriff. Lauf- oder Krafttraining? Wurftraining. Frühaufsteher oder Langschläfer? Langschläfer. Kölsch oder Pilz? Guinness. Pizza oder Burger? Pizza. Bayern oder Dortmund? Bayer Leverkusen. Faulpelz oder Trainingsweltmeister? Faulpelz. Berge oder Meer? Meer. Schlager oder Musik? Musik. Couch-Potato oder Firebeast? Von beidem ein bisschen. Peter Gyros oder Döner? Gyros. Ballermann oder Kala-Aguya? Kala-Aguya. Leger oder Dreher für dich als Linksaußen? Dreher natürlich. Natürlich. Team Alt oder Team Jung? Team Alt. Marci, wie siehst du aus, wenn nach einem Spiel gefeiert werden kann? Yes. Sauber. Ich danke dir, Marci.